Ich arbeite gerade an verschiedenen Netzwerkaufgaben in unserer Lernumgebung. Das ist eine Serverumgebung, die von uns speziell aufbaut wurde. Ich freue mich, dass man viel Kontakt hat mit Leuten aus anderen Abteilungen. Zum Teil sind es auch die kleinen Sachen, wie zum Beispiel das Lehrlingslager, das wir alle haben. Oder auch täglich und gratis. Man muss im Team arbeiten, einen raste Auffassungsgruppe haben, gerne am Computer arbeiten und eine gute Englischkenntnis. Wir freuen uns auf dich. Bis bald!